Du wolltest schon immer mal deine Fitness testen, aber bist ein bisschen abgeschreckt von den einstimmigen Videos auf YouTube über Cross-Fitness-Szenen. Dann stelle dich jetzt der Team-Competition. Sei Teil der Community und erlebe auch eine andere Seite so einer Competition, nämlich dem Fun-Charakter. Im Team hat man nämlich wesentlich mehr Spaß als alleine. Und diese Challenge ist for everybody. Voraussetzungen hierfür sind nur Basics. Die ganz normalen Bewegungen, die jeder Fitnessathlet macht, Beugen, Heben, Drücken, Ziehen. Es werden keine fancy Streets abverlangt. Ihr müsst keine Muscle-Ups machen. Ihr müsst keine Snatches machen. Ihr müsst keine Handstand, Push-Ups und irgendwo an irgendwelchen Seiten hinzuklettern, sondern es werden nur Basics abverlangt. Also Lunges, Push-Ups und so weiter. Das heißt, es kann wirklich jeder mitmachen, der Fitness macht und lebt. Cheers!